Wo ist er denn? Da. Hier laufen wir da durch. Was war das denn? Wie konnte man dieses Luft-Symbol noch gleich machen? Feuer und Wasser kombiniert. Ah, stimmt. Also als erstes Feuer, dann Wasser, andersrum geht es nicht. Feuer, Wasser und das andere? Weißt du das noch? Was? Das ist normaler Blitz. Ja und danach? Das ist das rote Ding? Das ist Arkan. Achso, stimmt. Äh, Moment, ich muss mir die Tastenkombination gerade mal kurz wieder beibringen. Feuer, Wasser. So ein Meteoritenschauer da sitzt. Wasser. Das, das. Muss das eigentlich sein? Ah nein, dass der hier dazwischen. Also, äh, ne. Feuer, Wasser, das, das, das und das. Jupp. Alles klar. Gut, dass ich mir sicher jetzt aber noch ein Blitzshit gecastet habe. Ja. Feuer, Wasser. Der geht auch schnell, ne? Ja, weil man, wenn man die noch kann. Nein, nein, ich hab' ich genauer nachgekriegt. So, probier' das doch nochmal. Ah, die haben Blitzimmunität. Gibst du mir mal ja, ja, bin schon dabei. Blitzimmunität sind doof. Die mag ich nicht. So. So haben wir das Ding gekriegt, Joby. Sammel mal da unten dein Equip ein. Einsammeln, nicht rumflaschen hier. Rumsflaschen. Hörst du die Schafe? Ah, sie sind wunderschön. Freilebende, freilebende Schafe. Was ist das? Wolle von glücklichen Kühen. Ein, ein, ein Gefühl von Natur pur. Verstehst du? Wolle von glücklichen Kühen, hm? Ja. Verstehe ich. Ja, danke, Joby. Das ist so'n Arsch. Ich mach' gleich wieder Meteoritenschauer. Ich muss doch üben. Über'n wem anders und nicht an mir. Über'n den Schafen. Es kommt gleich wieder. Äh, Ballers, du bist voll der Tierfeind. Arme Schafe. Kann auch nix dafür. Alles klar. So, ich mach' mir erst mal einen Blitzschutz hier. Ich musste wieder schnell können. Geh'kon Pfeil. Ich zünde mich schon wieder an hier. Was denn da löst? Ja, er muss sich natürlich genau durch, ey. Klar, wen sonst? Äh, geht weg. Oh, was? Oh, ich kann... Ey, wie geil! Ich habe gerade einen Baum beschworen. Ja, wir müssen das gemacht. Mit meinem Start. Ah, cool. Alter, sind das viele. Du sagst wahrscheinlich, wenn du tot bist. Wir können ein bisschen die Übersicht verloren, ja? Ja, ich auch. Stirb! Mutti! Es regnet, es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Oh! Scheiße, es war schon eine schlechte Idee, hier Blitz einzusetzen gerade. Äh, hä? Der unendesten Mage, der muss unbedingt weg. Wiederbelebung ist ja auch gerade eine schlechte Idee, ne? Vorsicht. Ja, durchaus. Trocknen. Geht grad nicht. Ah! Danke, danke, danke. Oh Gott! Ich werde hier total in die Ecke gemorscht. Boah! Lebe ich noch? Lebe ich noch? Lebe ich noch? Nein, ich bin tot. Mal wieder. Ja, ich auch. Okay, Leute, ihr seht unser erstes Game Over. Ja, also. Besiegt. Das war ja heftig, wir haben mich da so in die Ecke gedrängt gerade. Da haben wir uns aber auch gut positioniert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, das war schon skillig. Okay. Was? Untersuchen. Was? Wenn man dem Glauben schenken kann, wäre der Name des Schlosses... Ah! Das kann doch nicht stimmen. Ja, ja, ja. Okay, pass auf, pass auf. Ich beschwör nochmal... Baum. Kling! Bäumchen! Du röstest Bäumchen, du Arsch! Bäumchen hat auch Gefühle. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Vorsicht, wo du hinschießt? Ja! Der hat eh einen Blitzschild. Ja, und was mach ich? Blitz. Ja. Als nächstes. Genau so wie man's macht, ne? Feuerblitz! Oh, sorry. Nein! Warum kriegst du Heilminen? Weil ich nicht mehr wusste, dass die auch die Gegner heilen. Ja, klar, ich treffe den Baum. Aus einem ganzen Zeugs heraus treffe ich den Baum. Wo bin ich? Äh, ich seh dich auch nicht mehr. Ich bin irgendwo unten aus dem Bild raus, aber ich... Komm mal, Moment. Ich komm nicht runter. Jetzt bin ich gestorben, glaub ich. Ich glaub auch. Bist du auch, ja. Ja, das ist das Problem an dem Spiel, ne? Es ist halt alles... Danke. Ja. Ah! Wiederbelebung, Juvie. Danke. Ihr kostet die Heil. Okay. Ich bin tot. Verbrannt. Ja, kommt. Ui! Ah! Boah, da kommt noch mehr. Muss das sein. Kriegst du nicht auch was von Ratio Farmen? Gute Preise? Nicht. Vielleicht ein bisschen Besserung. Ja, es regnet. Warum gefriert ihr Typen nicht? Warum gefriert ihr nicht? Es regnet doch. Hä? Bei mir regnet es nicht. Was? Bei mir regnet es schon. Oh, die hab ich runtergeschmissen. Was? Wow! Sorry, Juvie. Haben wir sie alle? Scheiße! Das war sehr gut. Das war wirklich sehr gut. Hahaha! Oh, nö! Yay! Nochmal! Da wolltest du mich für Sorry, Juvie beschweren, ne? Was? Da wolltest du mich für Sorry, Juvie beschweren. Hahaha! Also nochmal das Ganze. Ich dachte, der eine der oben fällt. Das ist ein Gegner. Hahaha! Ah, das überlebt mich immer wieder. Jetzt bin ich gerade so kurz, äh... Brain of car. Warum? Verlachen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Du hast uns gerade getötet, Mann! Uns beide! Also gut, ich hab dich angezündet. Da bin ich schuld. Aber, äh... Du hast mich getötet, ja? Weißt du was? Wir brauchen hier die Meteoritenschauer, ganz klar. Mach dir am besten mal ein Feuerschild. Okay, das ist da. Okay, das ist da. Nein! Oh, Regen ist ganz schlecht. Ja, nun sagst du das. Ich bin schon wieder so in die Ecke gedrängt. Ja, ich bin tot. Warum schießt du denn nicht? Er schießt irgendwie nicht bei mir. Okay. Du hast echt wieder schon... Es tun wieder Lacks, wie es aussieht. Kannst du mich wieder beleben? Geht das? Äh... Muss ich gerade versuchen, so. Boah, jetzt hab ich gerade im Blitzzauber gewirkt. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder unten in die Ecke hingekackt. Jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Also, Jubi, ich bin gerade wieder irgendwie am Arsch. Jo. Okay, jetzt kannst du mich wieder beleben, glaub ich. Hab ich gemacht. Oh mein Gott. Ich hätte das alles durch haben können. Ja, aber es wäre langweilig. Oh, ich war... Warum war ich schon wieder nass? Juvie, wieder begonnen. Wenn es gerade angefangen hat zu regnen. Bei mir regnet es nicht. Bei mir ist alles trocken. Ich bin auch schon wieder tot. Aber du lebst auch noch. Du scheinst irgendwie... Ne, stimmt gar nicht. Ich lebst gar nicht. Bei der andere Welt. Ja. Ja. Das war unten der komische Druide. Lalala, ich war es nicht. So. Nächster Versuch. Alter. Alter. Äh. 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 Ich mach dir besten Blitzschild. Äh, ich bin schon wieder tot. Du grillst mich einfach ständig. Äh. 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 Ich brauche einen Rest. Ja, der wollte gerade nicht raus. Jetzt. Oh, sorry, Jubi. Ich bin tot. Ja, ey, da kickt er mich einmal durch die Gegend. Ja, genau. Ja, deine Blitze grillen mich so oft. Ja, pff, aber das ist halt irgendwie effektiv vom Schaden her. Ja, aber du killst mich damit halt ständig. Hau dir ein Feuerschild drauf. Ja, sonst kann ich die gar nicht mehr aktualisieren. Warum mache ich dem das kein Schaden? Weil die Blitze monetät haben? Weil die Blitze schild drauf haben? Ne, also Blitze schild haben sie nicht. Der eine, diese Assassinen-Typen haben schon einen. Also ich sehe zumindest keinen. Nein, kann hier schreiben. Vielleicht sollten wir vielleicht wirklich langsam mal mit ein bisschen Strategie vorgehen. Weiß nicht, gibt es bei dem Spiel eine Strategie? Einer macht sie nass, einer friert sie ein oder so. Ja, daraufhin wirken wir erstmal Feuer und Wasser. Ja, Wasser ist zum Nassmachen, ne? Ich brauche eine Wiederbelegung. Alter, wie der einfach nicht stürmt. Ja, klar. Ecker, 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 Ecker. What the fuck? Ich sterbe schon wieder. Nein! Ah, fuck! Juri, ich brauche nur eine Wiederbelegung, ne? Ja, was ist das? Ich stehe da oben ziemlich scheiße und bin tot. Ich brauche wieder eine Wiederbelegung. Ich bin schon wieder nass, warum? Ich weiß es nicht. Das ist total super gerade. Oh Mann, jetzt regnet das schon wieder. Was hörst du? Gut angemeldet. Alter, fick dich. Ist der Zauberer tot? Nein, er lebt doch. Wie die einen durch die Gegend kicken, das ist zum Kotzen. Ja. Und wie? Dann ist sich dieser Zauberer noch heilt. Das ist kasselig schon wieder. Ich glaube, geht da rüber. Dann fliehen wir ein. Vorsicht, Stein. Okay, aber wenigstens haben wir den Zauberer tot. So, er ist gefroren. Haut rauf, haut rauf. Äh, lol. Mann, das war ja einfach. Juvie, weh, du benutzt jetzt einen Blitz. Können wir bitte was anderes spielen? Ich bin gestresst. Warum? War doch ganz einfach. Ich weiß nicht, wo das Problem war. Also bitte. Das hatte ich mal nicht so. Ich trinke das mal. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Nein, die Beste kommen. Nein, die geht zum Ende. Ja, in den Schießpulverlageraum. Das ist sicher. Oh, mein Gott. Okay, vorsichtig, der Blitzschild. Versucht's doch, ihr Loser. Ihr Lutscher.